hallo und herzlich willkommen zu einem neuesten video hier auf meinem kanal führerschein deutschland der knapp vor den 200.000 abonnenten steht machst du also auch gerade den führerschein dann lass doch direkt ein abo da so verpasst du keine neuen videos mehr wir gehen direkt rein in eine prüfung simulation im august das sind 30 originale prüfungs fragen die ich dir heute erklären werde insgesamt gibt es 1190 fragen in der prüfung werden dann 30 zufällig für dich ausgewählt du darfst nicht mehr als zehn fehlerpunkte haben jede frage kann zwischen zwei und fünf fehlerpunkten geben hast du aber zwei fragen falsch die fünf fehlerpunkte geben wie meistens die vorfahrts fragen dann wäre die prüfung leider auch schon gelaufen deswegen hier extrem aufpassen gerade so in der mitte der prüfung hier die fragen sind sehr sehr gefährlich so ich lasse natürlich die frage und antworten wieder vorlesen erklärt ein bisschen was dazu und wir schauen dass wir die prüfung hier mit null fehlerpunkten bestehen werden welche folgen kann es haben wenn man unter einwirkung von drogen wie zum beispiel haschisch heroin kokain ein kraftfahrzeug führt entzug der fahrerlaubnis oder fahrverbot anordnung einer medizinisch psychologischen untersuchung geld und oder freiheitsstrafe ja das ist schon ziemlich heftig da müssen wir auf jeden fall damit rechnen dass wir uns den führerschein wegnehmen dass wir zu einer mpu geschickt werden und dass wir wahrscheinlich auch dafür geld zahlen müssen auch gerade die mpu liegt ich glaube so bei 600 euro und meines wissens nach wurde die noch nie beim ersten mal bestanden es gibt sogar extra kurse die dich auf die mpu vorbereiten also das wünsche ich keinem von euch das muss wirklich heftig sein womit sollten sie rechnen dass erwachsene auf die fahrbahn treten können dass kinder zwischen den fahrzeugen auftauchen können dass starkes bremsen erforderlich werden kann unser geschultes auge sieht natürlich gleich dass das hier eine einbahnstraße ist weil alle fahrzeuge in fahrtrichtung stehen hat jetzt nichts mit der frage zu tun aber wir sollten das auf jeden fall sofort bemerken denn der prüfer würde dich in so einer situation wahrscheinlich links einparken lassen oder am ende der straße links abbiegen lassen und dann muss man sich ja ganz besonders verhalten in der einbahnstraße deswegen hast du auch den kanal abonniert damit du so was natürlich nicht verpasst also erwachsene könnten auf die fahrbahn treten ja 100 prozent man sieht sehr wenig da können auch kinder zwischen den fahrzeugen auftreten und dementsprechend auch dass wir dann stark bremsen müssen in so einer situation immer ein bisschen blick in den spiegel haben da achtet der prüfer auch drauf damit du siehst wenn der lkw sehr dicht auf dich hinten drauf fährt dann weißt du wie du dementsprechend bremsen kannst was kann haschisch konsum bewirken rausch mit verwirrtheit zuständen und depressionen verbesserte zeiteinschätzung rausch mit gefährlichen sinnestäuschungen und herabsetzung des reaktionsvermögens aber wir gehen natürlich immer vom schlimmsten aus hier achtung mit der zeitverbesserung das stimmt nicht im gegenteil die zeit kommt einem wesentlich länger vor du wirst dich nicht an die geschwindigkeit halten können alles wird unerträglich also komm bloß nicht auf die idee in der prüfung dann auch ich bin so aufgeregt ich nehme jetzt irgendwas das ist das wirklich das ist das dümmste was du machen kannst also wirklich wie lange sind cannabis und dessen abbauprodukte im urin nachweisbar nur mehrere stunden höchstens mehrere tage noch nach wochen wir nehmen mir die längste antwort nach wochen ich glaube in den haaren ist es am längsten nachweisbar urin ich weiß nicht so ein zwei drei tage oder so so wir haben ein video gibt vier fehlerpunkte wir behalten natürlich ein bisschen so die spiegel im auge es sieht aber soweit ganz gut aus da vorne wird es ein bisschen engen radfahrer da steht die müllabfuhr ok und dahinter ist die kurve also wir sehen nichts der radfahrer fährt auch gleich gegen die müllabfuhr und die frage ist was tun wir in der situation wir überholen den radfahrer zwischen dem müllfahrzeug und der kurve weiß ich nicht also da ist ein bisschen schlecht einzusehen wir überholen den radfahrer nach der kurve genau nach der kurve wenn frei ist da können wir überholen aber auf gar keinen fall vor erreichen des müllfahrzeugs da müssten jetzt hier einen kickdown geben und das würde sehr sehr gefährlich sein womit müssen sie rechnen wenn vor ihnen ein lastzug in eine enge straße nach rechts abbiegen will er wird sich besonders weit rechts einordnen er wird seine geschwindigkeit stark vermindern er wird vor dem abbiegen nach links ausscheren also ein lastzug da musst du den großen lkw mit anhänger am besten vorstellen der kann nicht einfach so rechts in straße einbiegen da würde er die ampel und die fußgänger mitnehmen er wird wahrscheinlich zwei fahrstreifen brauchen also er wird sich ein bisschen weiter links einordnen und wahrscheinlich so einen kleinen bogen fahren das machen aus irgendeinem grund auch ein paar autofahrer ja die beiden die fahren riesen truck und müssen da vor jeder kleinen rechts kurve noch mal so ein schlenker nach links machen um die angst zu machen also sie werden sich nicht besonders weit rechts einordnen sie werden die geschwindigkeit verringern und sich vor dem abbiegen wahrscheinlich eher weiter links einordnen und dann noch ausscheren fünf federpunkte gibt diese video frage hier wir sind innerorts unterwegs mit 50 vor uns fährt der bus wir sind auf einer vorfahrtsstraße ok wir wollen links abbiegen lkw kommt entgegen da braucht man ein scharfes auge aber ich hoffe ihr habt den motorradfahrer gesehen warum müssen sie in dieser situation mit dem abbiegen warten wegen des lkw wegen des fußgängers oder wegen des motorrad ist wer jetzt sagt weiß ich nicht da müsste ich mir das video noch mal dazu anschauen war da jetzt ein fußgänger oder nicht das geht leider nicht in der prüfung also du musst du kannst du das video bis zu fünf mal anschauen danach geht es zur aufgabenstellung und du kommst nicht mehr zurück zum video also wir wissen es geht um das motorrad das befindet sich hier hinter dem lkw ganz ganz klein und natürlich müssen wir den lkw durchfahren lassen weil als links abbieger müssen wir vorrang gewähren so nächstes video fünf fehlerpunkte gibt es hinter uns ist nichts das ist gut vorfahrtsstraße ist auch gut von links kommt der motorradfahrer vollbremsung also wir haben kein fahrzeug hinter uns das heißt wir können hier auf jeden fall eine gefahrenbremsung durchführen weil sich der motorradfahrer der gerade links aus der straße rauskommt hinter dem blauen transporter befindet im toten winkel sozusagen und deswegen machen wir wegen des motorradfahrers eine gefahrenbremsung wer muss blinken jeder der nicht geradeaus fährt also wir biegen links ab der blaue ich muss ein bisschen weiter hier rüber oder der blaue also wir wollen links abbiegen deswegen müssen wir natürlich den blinker setzen der blaue liegt auch ab und dementsprechend wir und der blaue aber wie wäre das eigentlich hier mit der vorfahrt mal sehen abknickende vorfahrt straße also haben wir natürlich vorfahrt aber der blaue ist ja auch auf der vorfahrt straße also hat der blaue auch vorfahrt das motorrad muss warten das ist ja klar der ist ja nicht auf der vorfahrt straße sagt uns dieses verkehrszeichen aber wir verlassen die vorfahrt straße und der blaue bleibt auf der vorfahrt straße also fährt als erstes der blaue danach fahren wir und als drittes fährt das motorrad so wie war die frage wer muss blinken also wir und der blaue wie kann verhindert werden dass der gegenverkehr mit dem abblendlicht geblendet wird nach jeder reparatur am scheinwerfer sollte eine überprüfung der einstellung erfolgen es dürfen nur für den jeweiligen scheinwerfer zulässige leuchtmittel verwendet werden die leuchtweite ist in abhängigkeit vom beladungszustand des fahrzeugs zu regulieren das ist es wenn du viel ladung in deinem auto hast dann wird das auto hinten eintauchen und vorne mit dem abblendlicht wirst du den gegenverkehr blenden wenn du zu viel watt in deinen scheinwerfern drin hast dann ist das ding zu hell kann den gegenverkehr also auch blenden aber auch wenn reparaturen am scheinwerfer vorgenommen worden sind dann muss eventuell der scheinwerfer neu justiert werden also egal was mit deinem scheinwerfer ist wenn du zum beispiel einen kleinen unfall hast einer ist ja von links rein gefahren obwohl du von rechts kamst und vorfahrt hat ist kann was kann mal passieren dann kann es sein dass der scheinwerfer schief hängt und dann solltest du den auf jeden fall in der werkstatt prüfen lassen wie verhalten sie sich in dieser situation wir warten natürlich sehr klar wir dürfen ja nicht auf dem fußgängerüberweg zum stehen kommen ist doch logisch ich lasse den fußgänger die fahrbahn überqueren 100 prozent ich schließe unmittelbar zum blauen fahrzeug auf das wäre blöd wir dürfen ja auch nicht auf dem fußgängerüberweg stehen bleiben ich warte vor dem fußgängerüberweg bis das blaue fahrzeug abgebogen ist so machen wir das eine person will die fahrbahn auf dem fußgängerüberweg überqueren wie verhalten sie sich ich überhole nicht ich überhole wartende fahrzeuge mit besonderer vorsicht ich bereite mich auf das anhalten vor also überholen ist natürlich im bereich von fußgängerüberwegen verboten weil wir da besonders vorsichtig fahren müssen um anzuhalten wenn jemand rüber gehen möchte und deswegen überholen wir ja nicht mit besonderer vorsicht sondern gar nichts bei einem zweiten gang brems bereit darauf zu und warten ab was passiert wenn einer kommt kupplung bremse treten auto kommt sofort zum stehen in welchen fällen müssen sie an einen fußgängerüberweg besonders vorsichtig heranfahren ist so wie ich es gerade gesagt hat wenn fußgänger die fahrbahn überqueren wollen wenn die sicht auf den fußgängerüberweg eingeschränkt ist weil zum beispiel andere fahrzeuge dort parken und uns die sicht nehmen und wenn andere fahrzeuge bereits vor dem fußgängerüberweg warten die warten ja nicht zum spaß sondern wahrscheinlich weil leute drüber gehen wollen also ganz einfach fünf federpunkte geschenkt wozu kann eine regelmäßige fahrzeugwartung beitragen also dein auto muss einmal im jahr zum service ich glaube einmal im jahr oder alle 30.000 kilometer kommt auch ein bisschen auf das fahrzeug selber darauf an wenn du einen krassen sportwagen fährst dann wird der früher zum service müssen als wenn du jetzt einen audi a3 diesel fährst die emissionswerte gering zu halten den kraftstoffverbrauch gering zu halten die verkehrssicherheit zu gewährleisten ja da ist schon alles richtig also verkehrssicherheit ganz klar wird gecheckt ob bremsflüssigkeit eventuell wird die flüssigkeit ausgetauscht gewechselt geschaut ob alles in ordnung ist dass da kein leck ist hat aber tatsächlich auch mit dem kraftstoffverbrauch und den emissionswert zu tun die schauen in die motorsteuerung rein ob da alles in ordnung ist die schauen ob die filter in ordnung sind wenn zum beispiel der luftfilter beim diesel verstopft ist dann verbraucht er dann kommen da mehr emissionen raus raucht hinten und das wird beim service dann alles neu gemacht wie verhalten sie sich richtig ich fahre vor den beiden pkws ich fahre nach den beiden pkws ich fahre nach dem blauen pkw wir fahren vor den beiden pkws wir haben hier die einzelvorfahrt und dementsprechend dürfen wir fahren auch wenn wir hier links abbiegen wir haben vorfahrt und es gibt kein gegenverkehr den wir vorrang gewähren müssen es gibt kein radfahrer der von vorne kommt es gibt kein fußgänger der von vorne über die straße rennt deswegen müssen wir deswegen müssen wir müssen vor den beiden fahrzeugen als erstes fahren welches verhalten ist richtig ich muss den blauen lkw durchfahren lassen ich muss den traktor abbiegen lassen wir müssen der blaue lkw muss mich durchfahren lassen nein nein wir haben ein vorfahrt nehmen des verkehrs zeichen ein vorfahrt gewähren und deswegen müssen wir den lkw und den traktor also sprich den querverkehr vorfahrt geben das müsst ihr wissen wenn du ein vorfahrt nehmen des verkehrs zeichen hast also entweder ein stopp schild oder ein vorfahrt gewähren dann hat der querverkehr also alle die von links und rechts kommen immer ein vorfahrt geben des verkehrs zeichen entweder die vorfahrt straße oder die einzelvorfahrt einzigste ausnahme ist natürlich die abknickende vorfahrt straße was bedeutet dieses verkehrs zeichen vorfahrt straße aber wir sind noch nicht fertig sonst würdest du hier die drei fehlerpunkte kassieren parkverbot außerhalb geschlossener ortschaften auf der fahrbahn das ist es nämlich innerorts ist es egal da parken autos auch auf der vorfahrt straße am straßenrand aber außerorts darfst du nicht auf einer vorfahrt straße parken würdest du das hier nicht ankreuzen kassierst du die drei fehlerpunkte wie verhalten sie sich bei diesem verkehrs zeichen sie dürfen nicht nach rechts abbiegen achtung rot und rund wäre verbot das ist aber blau sie müssen die fahrtrichtungsänderung nach rechts anzeigen sie dürfen nur nach rechts weiterfahren ja wir dürfen nur nach rechts weiterfahren dementsprechend müssen wir auch blinken innerorts wäre das dann der zweite gang bremsbereit also heißt spiegel spiegel blinker runterschalten und vom abbiegen noch mal gucken der musterprüfer nichts sagen fährst du in so einer situation geradeaus weiter wäre die prüfung sofort zu ende worauf weist dieses verkehrszeichen hin auf eine nummerierte tiefgarage auf eine nummerierte umleitung auf die u-bahnlinie 3 alles was gelb ist ist in deutschland die landstraße und wenn du den verkehrszeichen folgst bist auf einer straße da steht da ist stau und du folgst diesen verkehrszeichen von der straße runter kommst dann irgendwann wieder durch umwege wenn du den chillern folgst wieder auf die gleiche straße oder du fährst einfach nach navi das wird dir dann auch eine andere route vorschlagen was gilt bezüglich gelber fahrbahnmarkierungen gelbe fahrbahnmarkierungen werden nur vorübergehend angebracht zum beispiel an baustellen ja das ist vollkommen richtig die gelben markierungen setzen die weißen dann auch außer kraft und jetzt achtung wenn du diese technik fragen bekommst zum thema assistenzsysteme dann musst du wissen dass sich zum beispiel dieser spurhalteassistent an diesen leitlinien orientiert und wenn dann auf einmal eine weiße und eine weiße und eine weiße und dann kommt ein gelbe dann weiß der nicht mehr wo es lang geht und da musst du dann unter umständen also würde ich dir stark empfehlen davor eingreifen und das auto natürlich wieder selber unter kontrolle halten gelbe fahrbahnmarkierungen gelten nur für baustellenfahrzeuge nein 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 das nicht gelbe fahrbahnmarkierungen ersetzen die gültigkeit weißer fahrbahnmarkierungen genau wenn die baustelle zu ende ist dann werden die gelben markierungen auch wieder entfernt dann gelten ganz normal die weißen wir sie wollen nach einem kindergeburtstag mehrere kleine kinder nach hause bringen was ist bei der beförderung in ihrem pkw zu beachten rückhalte einrichtungen für kinder brauchen innerhalb geschlossener ortschaften nicht benutzt zu werden die kinder sind mit den vorgeschriebenen rückhalteeinrichtungen zu sichern das anschneiden der kinder mit den vorhandenen sicherheitsgurten reicht aus natürlich müssen kinder angeschnallt werden kinder die kleine als 1 meter 50 und jünger als zwölf jahre sind brauchen einen kindersitz deswegen die kinder sind mit den vorgeschriebenen rückhalteeinrichtungen zu sichern das klingt sehr gut das anschnallen der kinder mit den vorhandenen sicherheitsgurten reicht aus nein also wie gesagt es würde nicht ausreichen wenn sie jünger sind und kleiner als 1 meter 50 ok wir sind auf der autobahn die frage gibt fünf fehlerpunkte wir wollen gerade hier den blauen überholen von hinten kommt der rote angeschossen der blaue hat gerade die innenspur das ist ein bisschen ungünstig ja der ist schneller als wir der gibt doch auf einmal garst du der lausbur das darf der eigentlich gar nicht wie verhalten sie sich in dieser situation richtig ich beschleunige und setze den überholvorgang fort ja echt was was soll das denn ich setze den überholvorgang mit gleichbleibender geschwindigkeit fort welcher überholvorgang ich breche den überholvorgang ab und ordne mich rechts ein also liefern uns jetzt kein rennen mit dem ich habe jetzt nicht so 100 prozent aufgepasst ich glaube da stand 100 stand da was von der geschwindigkeit her egal wenn du so eine situation hast fahr wieder rechts rüber geht kurz vom gas weg lass den roten überholen und danach kannst du noch mal neu entscheiden worauf weist die zahl 26 in diesem verkehrszeichen hin so wer schon ein bisschen länger dabei ist der weiß dass ich da mal einen riesen fehler reingebaut hat bei diesem verkehrszeichen auf die entfernung von der ausfahrt bis düsseldorf benrath auf die a 26 auf die autobahnausfahrt nummer 26 wie war noch mal die frage worauf weist die zahl 26 in diesem verkehrszeichen hin ach so es geht nur um diese 26 und die weiß darauf hin dass das die auf die autobahnausfahrt nummer 26 richtig so und was habe ich damals angekriegt angekriegt angekreuzt auf die entfernung von der ausfahrt bis düsseldorf benrath das steht ja auch auf dem verkehrszeichen ja aber währenddessen habe ich die frage schon vergessen das würde ich zu einer fangfrage zählen ja das ist nämlich auch richtig das steht auf dem verkehrszeichen drauf aber das ist nicht gefragt es ist nur gefragt wo auf was diese zahl hier hin hinweist da hätte man eigentlich so einen roten pfeil aufmachen müssen oder nächstes worauf weisen solche verkehrszeichen hin blau ist in deutschland immer die autobahn also auf die nummer einer autobahn auf die entfernung bis zur nächsten tankstelle auf die nummer einer europa straße ein autobahn ist die autobahn nummer alles andere stimmt hier nicht worauf weist dieses verkehrszeichen hin auf eine bedarfsumleitung für den autobahnverkehr wie gesagt blau autobahn in gelb landstraße ganz easy zu merken wie darf hier mit fahrzeugen bis 2,8 tonnen zulässige gesamtmasse geparkt werden okay das ist nämlich wichtig denn das parken auf gehwegen ist ja grundsätzlich mal nicht erlaubt und wenn es erlaubt ist so wie hier dann nur mit fahrzeugen bis zu einer zulässigen gesamtmasse von 2,8 tonnen das ist das einzige mal bei denen 2,8 tonnen zulässige gesamtmasse richtig ist sonst brauchen wir ja immer die 3,5 aber beim gehweg sind es 2,8 so wer dafür geparkt werden wohnwagen entsprechend der abbildung kleine pkw auch quer zur fahrtrichtung pkw entsprechend der abbildung pkw ist wohnwagen würde ich jetzt auch dazu zählen also mehrspurige kraftfahrzeuge genau so wie es abgebildet ist sie fahren 100 km pro stunde haben eine sekunde reaktionszeit und führen eine normale bremsung durch wie lang ist der anhalteweg nach der faustformel der anhalteweg jetzt müssen wir ja reaktionsweg und bremsweg zusammenrechnen um den anhalteweg zu bekommen schaffen wir das ohne taschenrechner in der prüfung weiß ich nicht müssen wir mal gucken also reaktionsweg aus 100 das ist ja 100 geteilt durch 10 das sind 10 mal 3 wenn 30 30 merke ich mir jetzt mit den drei fingern so dann brauchen wir den bremsweg aus 100 das sind 100 geteilt durch 10 sind 10 mal 100 geteilt durch 10 sind wieder 10 also 100 dann haben wir hier 100 und da 30 dann haben wir 130 meter anhalteweg ich glaube das schafft man auch ohne taschenrechner was kann aquaplaning wasserglätte zur folge haben eine vergrößerte haftreibung der reifen eine eingeschränkte lenkfähigkeit des fahrzeugs eine verringerte bremsfähigkeit des fahrzeugs also aquaplaning ist wenn sich ein wasserfilm zwischen dem reifen und der fahrbahn bildet das auto praktisch auf schwimmt und du keinen kontakt mehr zur fahrbahn hast das verbessert nicht die haftung ganz im gegenteil es wird deine lenkfähigkeit einschränken weil wenn du längst wird nichts mehr passieren und wenn du bremst dann passiert auch nichts also das ist die gefahr bei aquaplaning und ich sehe gerade aus irgendeinem grund haben wir die frage fünf hier ausgelassen habe ich den nicht angekreuzt ich habe jedoch angekreuzt gehabt oder auf eine bedarfsumleitung für den autobahnverkehr genau blau ist autobahn auf eine u-bahnstation auf die bundesstraße 22 nein nein also hier ist nur die 1 richtig sie fahren mit 80 kilometer pro stunde hinter einem auto her welchen sicherheitsabstand müssen sie mindestens einhalten ja das ist easy das ist der 2 sekunden abstand genau ist ja im prinzip nur die formel für den reaktionsweg also 80 geteilt durch 10 sind 8 und 8 mal 3 sind 24 und 24 mal zwei sekunden sind 48 meter ja 48 meter abstand bei 100 bei 80 km h das ist ungefähr der halbe tacho fünf fehlerpunkte gibt diese frage noch jetzt kurz vor ende noch eine fünf fehlerpunkte frage so ein mist gefahrenzeichen radfahrer kreuzen da vorne ist ein da ist der radfahrer da ist der radfahrer und da schießt er schon rüber und wir denken uns so ja perfekt wunderbare situation um den lkw da vorne an dem lkw vorbeizufahren auf wen müssen sie in dieser situation besonders achten das problem ist halt immer die videos stoppen natürlich genau dann wenn du den radfahrer nicht siehst oder den fußgänger oder den motorradfahrer auf den roten pkw auf den radfahrer auf den weißen lkw wir klicken hier nur in radfahrer an so damit alle fragen beantwortet gleich gibt es die auflösung nutzt jetzt die zeit um dem video einen daumen nach oben zu geben wenn es dir geholfen hat gerne unten in die kommentare zu schreiben welche frage du am schwierigsten fandest dann kann mir die nämlich noch mal genauer aufarbeiten oder allgemein welche themen dich zurzeit einfach interessieren technik vorfahrt verkehrszeichen autobahn was auch immer und wenn du das gemacht hast dann geben wir hier unten die prüfung gleich ab ich habe noch eine frage vor kurzem bekommen ob man sich denn jetzt noch mal die fragen anschauen könnte bevor man die prüfung abgibt und ja du kannst hier zwischen grundstoff und zusatzstoff noch mal wechseln und dir dann die einzelnen fragen die du angekreuzt hast noch mal angucken und eventuell auch die häkchen noch mal neu setzen aber wir sind uns nicht sicher dass der blaue pkw hier blinken muss und deswegen geben wir die prüfung ab wir sind uns 100 prozent sicher und damit haben wir die prüfung mit null fehler punkten bestanden wenn du jetzt alle 1190 fragen von mir ganz genau erklärt haben möchtest dann empfehle ich dir hier meinen video kurs der immer auf dem aktuellen stand ist du bekommst die neuen fragen immer ein monat im voraus erklärt und hier oben kommst du noch zum letzten video wenn du dir noch hier ein paar weitere videos anschauen möchtest wir sehen uns im nächsten video wieder bis dann